Hallo, mein Name ist Yannick Feldhoff und ich möchte dir eine Geschichte erzählen, bei der du selbst entscheiden kannst, ob sie einen traurigen Ausgang oder ein Happy End nimmt. Beginnen wir mit einer einfachen Frage. Gehst du gerne in den Wald? Falls ja, dann bist du damit nicht alleine. Hier bei uns in Baden-Württemberg suchen mehr als zwei Drittel der Menschen regelmäßig einen Wald auf. Und das aus gutem Grund. Der Wald wirkt sich in vielerlei Hinsicht positiv auf unsere Gesundheit und unser allgemeines Wohlbefinden aus. Wir nutzen ihn zur Bewältigung des Alltags, Abbau von Stress, zum Abschalten und Entspannen und natürlich zur sportlichen Ertüchtigung. Kurz, wir nutzen den Wald für unser körperliches und geistiges Wohl. In Zeiten der Corona-Pandemie haben wir Menschen den Wald noch einmal stärker für uns wiederentdeckt. Als Ausgleich zum Homeoffice, zum Treffen mit Freunden oder zum Alleinsein, als Erlebnisraum für Abenteuer oder als Rückzugsort. Der Wald ist für manche Personen zum neuen Wohnzimmer geworden. Ein Wohnzimmer, das wir mit dem Bauen von Hütten oder dem Auslegen von Yogamatten ganz nach unseren Vorlieben gestalten können. Wir Menschen gehen also verstärkt in den Wald. Das erscheint zunächst positiv. Zeigt es doch eine gesteigerte Achtsamkeit für die Natur in einer sich rasant digitalisierenden Welt. Trotzdem gibt es da etwas, das wir bei unseren Waldaufenthalten nicht immer auf dem Schirm haben. Wenn wir uns im Wald bewegen, befinden wir uns nämlich im Wohnzimmer der Wildtiere. Und für sie stellen wir mit unserer Anwesenheit eine Störung, mitunter sogar eine Bedrohung dar. Wildtiere reagieren unterschiedlich auf uns Menschen. Manche Tierarten, wie zum Beispiel Füchse oder Waschbären, lassen sich von unserer Anwesenheit nicht groß beirren. Sie stoßen gar in Städte vor und halten sich in der Nähe der Menschen auf, um Futter abzugreifen. Andere Wildtierarten, wie zum Beispiel das Auerhuhn oder der Rothirsch, geraten in Stress, wenn sich Menschen ihnen nähern. Ihre Herzschlagrate steigt, sie schütten Stresshormone aus und ergreifen schlussendlich die Flucht. Für diese Reaktionen müssen die Tiere viel Energie aufwenden. Gerade in den kälteren Jahreszeiten sollten die Tiere aber unnötige Bewegungen vermeiden und ihren Energievorrat schonen. In den Wintermonaten ist nur wenig Nahrung vorhanden, um verbrauchte Energiereserven wieder aufzufüllen. Einige Tiere senken daher ihre Körpertemperatur und Stoffwechselrate herab. Andere verfallen komplett in Kältestarre oder Winterschlaf. Wird ein Tier in diesem Zustand gestört, muss es in Windeseile seine Körperfunktionen reaktivieren, um flüchten zu können. Das kostet viel Energie. Hast du schon einmal versucht, durch den Tiefschnee zu sprinten? Das ist deutlich energiezehrender als ein normaler Lauf über Wiese oder Asphalt. Auch für die Wildtiere. Jede derartige Flucht verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wildtier mit seinen Energiereserven durch den Winter kommt. Auch im schneefreien Frühjahr sind viele Wildtiere weiterhin auf Ruhe angewiesen. Die kalte Jahreszeit ist schließlich gerade erst zu Ende gegangen, gutes Futter ist noch knapp und nun muss zusätzlich der Nachwuchs versorgt werden. Bedeutet das nun, dass wir Menschen zum Wohle der Wildtiere nicht mehr in den Wald gehen sollten? Nein, denn es gibt genug Möglichkeiten, sich wildtierfreundlich im Wald zu bewegen. So wie wir Menschen sind auch die Wildtiere lernfähig. Wenn wir Menschen uns zuverlässig auf Wanderwegen aufhalten und nicht querfeldeinlaufen, dann werden wir für die Wildtiere einschätzbar. Ja, quasi berechenbar. Rothirsche meiden aus diesem Grund beispielsweise tagsüber die Wanderwege im Wald, nutzen sie dann aber nachts, wenn keine Menschen mehr im Wald unterwegs sind. Wenn wir Menschen also auf den Wegen bleiben, zudem nachts auf Waldspaziergänge verzichten und unsere Hunde anleihen, dann tragen wir bereits aktiv dazu bei, die Störungen der Wildtiere zu verringern. Warum sollte uns der Schutz der Wildtiere denn überhaupt am Herzen liegen? Nun, zum einen sind Wildtiere ein wichtiger Bestandteil eines gesunden und biodiversen Ökosystems. Stell dir nur einmal vor, wie trostlos dir ein Wald erscheinen würde, in dem du keinen einzigen Vogel zwitschern hörst. Zum anderen haben wir in Deutschland den Wildtieren ein Recht auf Ruhe und Erhalt ihres Lebensraums im Grundgesetz verankert. Diese Ruhe schaffen wir den Wildtieren am effektivsten durch die Errichtung von speziellen Wildruhezonen. Wir bezeichnen diese Ruhezonen als Wildruhegebiete. Dabei handelt es sich um gesetzliche Schutzgebiete nach dem Jagd- und Wildtiermanagementgesetz. Mit Maßnahmen wie Wegegeboten für Wandernde, Leinenpflicht für Hunde oder dem teilweise Rückbau vorhandener Infrastruktur lassen sich so die Lebensräume der Wildtiere beruhigen. Ebenso können Jagd- und Forstwirtschaft eingeschränkt und die Wildruhegebiete saisonal oder ganzjährig für Waldbesuchende gesperrt werden. Wenn Naturbegeisterte wie du und ich bestimmte Bereiche des Waldes den Wildtieren zuliebe meiden, dann wäre es doch schön, andernorts entsprechend weniger Restriktionen für unsere Freizeitaktivitäten zu haben. Deswegen setzen wir uns am FVA Wildtierinstitut dafür ein, dass Wildruhegebiete im Rahmen von räumlichen Konzeptionen ausgewiesen werden. Bei einer räumlichen Konzeption einigen sich örtliche Interessensvertretende darauf, ein bestimmtes Gebiet in unterschiedliche Zonen einzuteilen. In den Wildruhebereichen haben die Wildtiere Vorrang, in den Walderlebnisbereichen die Menschen. Zudem gibt es Übergangsbereiche, in denen Wildtiere durch verschiedene Angebote erlebt werden können. Aus Befragungen wissen wir, dass viele Menschen bereit sind, die eigene Freiheit zum Wohle der Tiere einzuschränken. Verständnis für das Ruhebedürfnis der Wildtiere entsteht insbesondere dann, wenn wir Menschen den Grund dafür verstehen. Dies zu erreichen, ist die Aufgabe guter Öffentlichkeitsarbeit. Informationstafeln und Broschüren können zum Beispiel helfen, die Waldbesuchenden für Wildtiere und ihre Bedürfnisse zu sensibilisieren. Zuletzt kommt es aber auch auf unser eigenes Verantwortungsgefühl an. Schließlich können wir alle dazu beitragen, unseren persönlichen Lieblingswald als gesundes Ökosystem zu bewahren. Fangen wir doch gleich damit an. Was heißt das für den nächsten Waldbesuch? Möglichst auf den Wegen bleiben, Waldaufenthalte bei Dämmerungs- und Nachtzeiten vermeiden und den Hund anleihen. Ebenso hilfst du den Wildtieren, wenn du bei Skitouren oder Schneeschuhwanderungen gekennzeichneten Routen folgst und in Schutzgebieten besonders auf Informations- und Hinweistafeln achtest. Gibt es in deiner Nähe Überlegungen für die Einrichtung eines Wildruhegebiets oder einer räumlichen Konzeption? Dann bring dich doch einmal ein und diskutiere mit. Wenn wir es auf diese Weise schaffen, Naturerholung und Wildtierschutz zu verbinden, dann halten es Mensch und Wildtier ganz bestimmt gemeinsam im geteilten Wohnzimmer aus. Und das wäre doch ein schönes Happy End für diese Geschichte. Oder was meinst du?